Anihiel Anihiel ist ein Engel, der als königlicher Engel angesehen wird. Anihiel wird auch als weiblicher Engel angesehen. Anihiel soll ganz klein sein, nur etwa 15 cm groß. Anihiel hat lange, gerade, weiße Haare, grün-blaue Augen und schöne Züge. Anihiel heißt ein königlicher Engel, der Gott dem Schwert zugeordnet hat. Anihiel gilt als hochrangiger Engel, als Cherub, C-H-E-R-U-B. Anihiel ist die Frau von Michael. Sie gilt auch als Zwillingsschwester von Azzar. Und Anihiel gilt auch als diejenige, die den Glauben verstärkt. Anihiel erinnigt. Doktor nur ganz zun im Set, der Gott seine Bewuilung erntet.... Is das nicht so geht?